Hallo, die Morphologie-Vorlesung und zwar fünfte Woche, das ist dann schon die Halbzeit. Wir reden heute über Wortbildung und zwar den zweiten Teil der Wortbildung, nämlich Derivation und Konversion. Letzte Woche ging es ja um Kompositor, Komposition. Der Überblick, wie immer, heute geht es eben also um die anderen Wortbildungsmuster und zwar die Konversion. Dann nehmen wir einen Stamm und daraus wird ein weiterer Stamm. Da gibt es noch so einen kleinen anderen Fall, den wir nachher dann besprechen. Das ist zum Beispiel, wenn wir Laufen nehmen, das Verb und daraus der Lauf machen. Und dann haben wir die Derivation, das ist, wenn wir einen Stamm nehmen und ein Affix davor oder danach und das wird zu einem neuen Stamm. Also, wie zum Beispiel das Adjektiv schön kombiniert mit heit wird die Schönheit. Wir werden uns dann ansehen, was typische Anwendungsbereiche für Präfigierung und Suffigierung im Deutschen sind. Das ist nämlich nicht genau gleich. Aber jetzt erstmal zur Konversion. Das ist eigentlich auch eine ganz einfache Sache. Und wir fangen an mit Beispielen, wo wir einen Stamm oder eine Wortform nehmen und daraus einen neuen Stamm machen. Also, wie schon gezeigt, wir nehmen Einkaufen, das Verb, aber eben nur den Stamm, ohne das Infinitiv-Suffix. Und dann wird daraus der Einkauf. Was wir auch machen können, ist, wir nehmen Einkaufen, den Infinitiv und machen daraus das Einkaufen. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder den Stamm oder eine ganze Wortform, hier den Infinitiv, zu nehmen und als neuen Stamm zu interpretieren. Wenn wir das Adjektiv ernst nehmen, können wir daraus den Ernst machen. Dann nehmen wir wieder einen Stamm von einem Adjektiv und machen einen Stamm von einem Substantiv daraus. Schwarz und schwarz, also das Adjektiv und das Schwarz. Was hat es mit gestrichen, zu gestrichen auf sich? Naja, denken Sie mal, ich habe die Wand gestrichen. Und dann haben Sie hinterher die Möglichkeit zu sagen, die gestrichene Wand. Wir nehmen das Partizip, was in so einer Verbkonstruktion vorkommt, gestrichen haben, und machen da ein richtiges Adjektiv draus, was flektiert und so weiter. Das ist letztlich auch genau ein Fall von Konversion. Und was anderes haben wir bei Schwarz und Schmerzen. Denn da haben wir ja neben der Wortklassenveränderung ja auch noch diesen Umlaut. Das heißt, das ist ein bisschen was anderes. Das ist keine reine Konversion. Konversion, Schießen zu Schuss ist deshalb keine Konversion, naja, weil es den Stamm Schuss beim Verb nicht mehr gibt. Schießen, Schoss, Geschossen. Schuss gab es mal im Althochdeutschen, aber die haben wir nicht mehr. Das heißt, das ist auch keine richtige Konversion im System des heutigen Deutsch. Stechen, Stich, das ist letztlich genau sowas. Das ist nur ein bisschen anders gelagert als bei Schießen, Schuss. Und das waren eigentlich jetzt schon die wesentlichen Beispiele. Wir machen jetzt eine kleine Unterscheidung, nämlich zwischen Stammkonversion und Wortformkonversion. Stammkonversion ist, wenn wir wirklich nur von einem Stamm zu einem anderen Stamm konvertieren mit einem Wortklassenwechsel. Also da gibt es eigentlich keine Fälle ohne Wortklassenwechsel. Das ist produktiv, vor allem in der Verbstammnominalisierung. Das heißt, das, was ich eben schon gezeigt habe, einkaufen. Das Verb wird zu der Einkauf und das flektiert dann wie ein normales maskulines Substantiv. Dann haben wir Farb, vor allem Farbadjektiv-Nominalisierungen. Das Kleid ist rot, da haben wir das als Adjektiv und dann zu das Rot des Kleides. Das flektiert dann aber auch wie ein ganz normales Substantiv, in dem Fall neutrales. Dann gibt es sowas wie auch sehr flexibel metasprachliche Nominalisierungen. Wenn wir so eine Phrase zum Beispiel haben, saturiert, aber unzufrieden. Da kommt ja das Wort aber drin vor. Und das können wir nehmen und als Substantiv behandeln. Das können wir im Grunde mit jedem Wort machen. Dieses ständige Aber. Da müssen wir es dann groß schreiben. Und natürlich metasprachlich ist das, weil dieses Aber hier natürlich so eine Art Zitatfunktion hat. Das flektiert aber dann auch wie ein normales, neutrales Substantiv. Der andere Fall ist die Wortformen-Konversion. Da nehmen wir eine flektierte Wortform und machen einen neuen Stamm draus oder eine neue Wortform. Auf jeden Fall haben wir auch da einen Wortklassenwechsel. Produktiv ist das vor allem bei der Infinitiv-Nominalisierung. Das habe ich schon gezeigt. Ich gehe einkaufen und dann können wir einkaufen nehmen. Wir nehmen die Form einkaufen mit diesem Suffix, was den Infinitiv anzeigt und das einkaufen daraus machen. Dann haben wir das einkaufen macht Spaß. Und einkaufen flektiert wie ein ganz normales, neutrales Substantiv. Dann haben wir die Adjektiv-Nominalisierung. Sowas wie zwei doppelte Brötchen bitte, zwei doppelte Bitte. Da nehmen wir wahrscheinlich, weil Brötchen dann ausfällt und damit das Adjektiv zum Substantiv sozusagen hochgestuft wird. Dann das Adjektiv und machen ein Substantiv daraus. Flektiert wie ein Adjektiv. Daher ist das eine Konversion von Wortform zu Wortform. Also das flektiert jetzt hier hinterher nicht wie ein normales Substantiv, sondern es behält seine adjektivische Flexion. Dann haben wir Adjektiv-Adverbialisierung. Das Auto ist schnell. Das ist hier ein Adjektiv. Schnell. Wir können aber auch sagen, das Auto fährt schnell. Und dann haben wir ein Adverb. Denken Sie an die Wortklassenlehre zurück. Und das möchte ich auch gerne ab der vierten Auflage meines Buches dann wieder als Konversion behandeln. Das ist nämlich einfacher als die anderen Lösungen, die es für diese Fälle gibt. Das war ehrlich gesagt schon alles, was wir jetzt zur Konversion sagen müssen. Das ist gar nicht so viel. Wenn wir jetzt zur Derivation übergehen. Und ich gebe Beispiele für Derivation. Zur Erinnerung, das ist der Fall, wenn ich einen Stamm nehme, einen Affix dranhänge oder davor stelle und dadurch einen neuen Stamm bekomme. Also, ich nehme den Scherz und hänge Haft hinten dran. Dann bekomme ich Scherzhaft. Das ist ein Substantiv. Scherzhaft ist dann ein Adjektiv. Brennen. Da kann ich den Stamm Brenn nehmen. Und Bar dranhängen. Bekomme ich brennbar. Das heißt, wir haben von einem Verb zu einem Adjektiv hin deriviert. Grün zu Grünlicht. Das sind beides Adjektive. Die Bedeutung ändert sich. Ein statisches Merkmal. Und damit haben wir Wortbildung. Aber es bleibt ein Adjektiv. Dann haben wir hier Doof zu Doofheit. Da kommt ein Substantiv raus aus einem Adjektiv. Fahrer zu Fahrerin. Da nehmen wir ein Substantiv. Es bleibt ein Substantiv. Es ändert zum Beispiel sein Genus und natürlich auch ein bisschen seine Bedeutung. Kunde zu Kundschaft bleibt auch ein Substantiv. Die Bedeutung ändert sich aber erheblich. Und wenn Sie mal darüber nachdenken, ändert sich hier zum Beispiel auch das Genus. Hund, Hündchen. Da ändert sich die Bedeutung. Sie wissen, dass man bestimmte Hunde, die jetzt etwas kräftiger und größer sind, vielleicht nicht als Hündchen bezeichnen möchte. Hündchen bedeutet was anderes als Hund. Es ändert sich auch wieder das Genus. Und wir haben einen Fall von Derivation. Jetzt kommt Derivation zum Verb. Wir nehmen die Schlange und hängen dieses L hinten dran. Dann kommen wir noch hier, kommt noch Umlaut dazu. Dann haben wir Schlängeln, ein Verb. Ruck, ruckeln. Das ist so etwas Ähnliches. Und damit haben wir eigentlich jetzt auch alle wesentlichen Beispiele für Derivation gesehen. Was jetzt dabei auch schon rauskam, ist, dass wir Fälle haben, wo sich die Wortklasse verändert und Fälle, wo die Wortklasse gleich bleibt. Wenn wir zum Beispiel nehmen, Hand zu händisch, dann ändert sich die Wortart oder Wortklasse und sie bleibt gleich bei so etwas wie rot zu rötlich. Jetzt ist immer die Frage, welche statischen Merkmale ändern sich, wenn kein Wortklassenwechsel vorliegt. Das habe ich eben schon gesagt. Prototypisch ist so etwas wie Dank zu Undank, Bedeutend zu Unbedeutend. Das sind natürlich Fälle, wo sich die Bedeutung quasi sogar umdreht. Und damit kommen wir schon zu den etwas schwierigeren Fällen. Das ist so etwas wie hier Bebeispielen, Bestuhlen, Bevölkern oder Entvölkern, Entgräten, Entwanzen. Das ist natürlich so ähnlich. Verholzen, Vernageln, Verwanzen, Verzinnen. Was ist daran schwierig? Das werden wir sehen. Wir haben so etwas wie Ergrauen, Ermüden, Erneuern und Befreien, Beengen und so weiter. Warum sollen das schwierigere Fälle sein? Nun ja, entweder haben wir es zu tun mit Stammkonversion und Präfigierung. Wir haben zum Beispiel Grau, machen daraus Grauen. Das ist eine Stammkonversion. Wir nehmen den Adjektivstamm Grau, machen einen Verbstamm draus und dann können wir den Infinitiv zum Beispiel anhängen und präfigieren das dann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder das sind in sich Wortart verändernde Präfixe. Wir nehmen ein Adjektiv wie Grau und fügen dieses Präfix R hinzu und daraus ergibt sich dann automatisch ein Verb. Dann hätten wir Präfigierung mit Wortklassenwechsel zum Verb. Und wenn Sie jetzt mich fragen, dann ist diese zweite Analyse die deutlich näher liegende. Man kann sich darüber streiten, aber für unsere Zwecke hier reicht es, dass wir wissen, man könnte das so und so machen. Und ich präferiere eigentlich hier die zweite Lösung. Jetzt können wir fragen, im Bereich welcher Wortklassen wird vor allem suffigiert? Wir haben jetzt schon ganz viele Beispiele gesehen, wo suffigiert wird im Sinne einer Derivation. Wo passiert das eigentlich? Und wenn wir uns diese Tabelle anschauen, die ist natürlich nochmal ausführlicher auch im Buch beschrieben und besprochen. Dann sehen wir vom Substantiv, vom Adjektiv, vom Verb zum Substantiv gibt es hier jeweils reichlich Möglichkeiten. Zum Adjektiv auch und zum Verb, tja, schon kaum noch was. Da haben wir hier nur dieses L wie in Kreiseln. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns, dass vor allem zum Nomen und speziell zum Substantiv deriviert wird. Und zwar durch Suffixe. Das ist also der prototypische Bereich, in dem im Deutschen in der Wortbildung suffigiert wird. Und in welchem Bereich wird prototypisch präfigiert? Also Affixe, die dem Stamm vorangestellt werden. Naja, das sind typischerweise die Verbpräfixe, also von Verb zu Verb. Da ändert sich die Bedeutung und die Valenz und so weiter des Verbs. Die ändern sich durch eine Präfigierung. Also kaufen, verkaufen, holen, überholen, stellen, unterstellen oder eben Verbpartikeln. Das sieht erstmal genauso aus. Legen, umlegen, gehen, entlanggehen, trennen, abtrennen. Und Sie sehen, wir führen hier zwei unterschiedliche Zeichen ein. Das hier, der Doppelpunkt, den benutzen wir für alle ganz normalen Derivationen. Und dieses Gleichheitszeichen, das verwenden wir eigentlich nur für Verbpartikeln. Und das liegt daran, dass die abtrennbar sind. Die Präfixe sind nicht abtrennbar. Die Partikeln sind abtrennbar. Und das schauen wir uns jetzt nochmal ausführlich an. Unterschiede zwischen Verbpräfixen und Verbpartikeln bei der Trennbarkeit. Weil wir es verkaufen, wir verkaufen es. Wenn Sie das in den beiden typischen Satzgliedstellungen des Deutschen haben, bleibt das Verb zusammen. Verkaufen wird nicht getrennt. Und weil wir es abtrennen, wir trennen es ab. Und da wird abgetrennt. Hier haben wir abtrennen und hier trennen es ab. Das ist ein Unterschied zwischen Partikeln und Präfixen beim Verb. Bei der Partizipbildung gibt es auch Unterschiede. Verkaufen, verkauft. So wird hier bei den Verbpräfixen das Partizip gebildet. Bei den Verbpartikeln haben wir abtrennen zu abgetrennt. Dieses ge, was eigentlich typisch ist für das Partizip, unterbleibt hier bei den Präfixen. Und bei den Partikeln tritt es zwischen die Partikel und das Verb. Das heißt, das ist letztlich auch ein Trennbarkeitsphänomen. Wir kommen auf diese Form später nochmal zurück, wenn wir über die Flexion reden und über die Partizipien. Jetzt haben wir schon gesehen, da werden verschiedene Notationen eingeführt für Affixe. Und das schauen wir uns gerade nochmal an. Flexionsendungen und Fugen im Kompositum trennen wir mit einem einfachen Bindestrich. Tisches, Fänge, über diese Suffixe reden wir nächste Woche zum Beispiel. Das sind Flexions-Suffixe, die trennen wir einfach mit einem Bindestrich ab. Kompositionsglieder, also Glieder eines Kompositums mit einem Punkt, das haben wir schon gesehen, Taschen, Punkt, Tuch. Und heute kam hinzu, Derivations-Affixe trennen wir mit einem Doppelpunkt, Läufer, Verblühen. Und wenn die trennbar sind, was bei den Verbpartikeln nur bei den Verbpartikeln der Fall ist, nehmen wir ein Gleichheitszeichen. Es gibt im Buch bis zur dritten Auflage noch eine Markierung für umlautauslösende Affixe. Bei Flexion haben wir dann so eine Tilde, also der Plural, er, der umlautauslöst, wird dann mit Tilde angegeben. Bei der Derivation, wenn sie umlautauslöst, haben wir die Tilde darüber, also so wie hier, lich. Und das ist alles spezifisch für mein Buch. Dieser letzte Punkt entfällt aber in zukünftigen Auflagen. Das hat praktische Gründe, weil das einfach umständlich ist. Und das hat aber auch Gründe, dass ich die Analyse inzwischen in den meisten Fällen für nicht ganz sinnvoll halte. Die Notation muss in meinen Klausuren sicher beherrscht werden. Das geht nicht anders. Jetzt, wenn Sie bei mir keine Klausuren schreiben, dann können Sie das mögen oder nicht. Auf jeden Fall hilft es Ihnen, wenn Sie sich irgend so eine Konvention zulegen, zwischen diesen ganzen verschiedenen Prozessen zu unterscheiden. Und das war es schon für diese Woche. In der nächsten Woche gehen wir zur Flexion über. Wir reden über die Flexion der Nomina außer die Adjektive. Wir reden über Substantivflexion und Pronominalflexion. Die Adjektive passen einfach nicht mehr rein. Das wird sonst sehr viel. Die nächste Vorlesung wird ein bisschen länger. Und ich hoffe, Sie schauen schon mal ins Buch rein. Ansonsten bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann.